Beschreibe das Land. Ich habe mehr vom Meer gesehen. Und vom Land. Linksverkehr, Freunde. Linksverkehr ist strange. Ranzig. Öde, Dürre, aber wir haben ja mehr. Rest egal. Stellt euch einen Garten vor, wo ihr alles rausrupft. Das ist super. Beschreibe das Hotel. Sehr schönes Ambiente, aber leider irgendwie ein bisschen schäbig. Reicht zum Schlafen, reicht zum Duschen, reicht zum Scheißen. Reicht. Ja, Ranzbude, aber man kann hier alles, was passt. Fünf Punkte von 120. Beschreibe die Menschen. Ein ordentliches Pakt, das hier rumläuft. Muss ich nicht nochmal haben. Die Menschen hier stinken fast alle. Man muss es leider so knallhart sagen. Zumindest die Touris hier. Meistens sind Spacken. Guck dich mal um. Nee, darfst ins Hotel nichts zu essen mitbringen, darfst hier trinken, was weiß ich. Nee, Patsalakos. Und dann im Club die Geschichte. Gehen wir auf den Sack. Die Einheimischen hier im Hotel sind freundlich, ja. Aber der Rest alles nur Gesockspöbel. Beschreibe das Essen. Extrem... Ich weiß nicht. Lecker? Nein. Wenig, aber okay. Geht gerade so. Ja, wenig Vegetarisches Sackt. Es ist okay. Teilweise fehlt mal ein Meter Salz auf dem Ding. Teilweise fehlt auch mal ein bisschen mehr auf der Platte. Die häufigsten Worte im Urlaub. Titten, Titten, Titten. Titten, Arsch, Meer. Meer. Meer, Meer, Meer. Meer, Strand und Urlaub. Wohin geht der nächste Urlaub? Das ist mir total egal. Hauptsache Sonne, Palme, Meer. Krieger sagt Meer. Ich sag, ja, Hauptsache schön, ne. Lassen wir uns überraschen. Bisschen mehr Frauen dürfen da sein. Schreibt ihr mal rein, wohin es vielleicht gehen könnte. Worauf freust du dich zu Hause? Auf jeden Fall auf ein vernünftiges, stabiles Internet, ob es schnell ist oder so. Scheißegal, Hauptsache es läuft durchgehend und man muss nicht alle zwei Minuten resetten. Auf die Fußball-Bundesliga, auf eine schnelle Internetleitung und auf Lisa. Endlich normale Leute. Ja, das war es auch schon von unserem kleinen Video. Übrigens hier, nächster Teil. Könnt ihr klicken. Du mach. Sag mal, das Ding klickt sich nicht von alleine. Ja, hopp. Guck mal, linker Mauszeiger. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.